Hi! Ich wollte nur noch mal Bescheid sagen, dass ihr unter diesem Video als auch unter dem letzten Video Fragen an mich schicken könnt, die ich dann im nächsten Video an diesem Wochenende beantworte. Außerdem habe ich an diesem Wochenende ein verlängertes Wochenende, das heißt ich werde auch streamen und das mache ich auch. Alle wichtigen Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Das war es eigentlich schon und wir sehen uns beim nächsten Video oder beim Livestream oder bei irgendwas. Ciao!